Vorarlberg in 100 Sekunden. Präsentiert von Antenne Vorarlberg und Vollarty. Ich bin Philipp Vondrack. Guten Tag. Der ehemalige Finanzbeamte und Ex-ORF-Stiftungsrat Edelberden-Moisburger muss sich bald wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs vor Gericht verantworten. Das Oberlandesgericht Innsbruck hat den Einspruch von Moisburger gegen die Anklage zurückgewiesen. Einen Termin für die Verhandlung gibt es aber noch nicht. Moisburger war Großbetriebsprüfer. Ihm wird vorgeworfen, einen Betrieb sehr wohlwollend geprüft zu haben. So sei dem Staat ein Schaden durch den Steuerausfall in Höhe von 3,2 Millionen Euro entstanden. Moisburger weist die Vorwürfe zurück. Rund um den Bodensee scheint sich die italienische Mafia niedergelassen zu haben. Jetzt ist ein Video aufgetaucht, das offenbar ein Treffen des Thurgauer Ablegers der kalabrischen Drangheta in einem Hinterzimmer eines Lokals in Frauenfeld zeigt. Die italienische Polizei hat das Video veröffentlicht. Zu erkennen ist allerdings niemand. Die Ostschweiz soll als Logistikbasis dienen, bestätigt die Bundesanwaltschaft Ermittlungen dazu. Die Ostschweiz sei auch wegen der Nähe zu den Clans in Süddeutschland bei dem Mafiosi beliebt. Die Sommerferien sind zu lang, kritisieren gegen Ende der Ferien wieder immer mehr Eltern von Volksschulkindern. Die Betreuung der Kinder ist vor allem das Hauptproblem. Der Direktor der Pädagogischen Hochschule in Feldkirch, Ivo Brunner, glaubt aber nicht, dass die Ferienregelung so bleibt. Die kommenden beiden Jahre dürfte es aber keine Änderung geben. Der Ferienplan wird immer zwei Jahre vorher festgelegt. Und nach dem Aus für eine Seilbahn in Hamburg steht auch das Projekt der Firma Doppelmayr in Konstanz unter keinen guten Stern. Dort ist eine Seilbahn als neues Verkehrsmittel im Gespräch. Ähnlich wie in Hamburg gibt es aber Bedenken, das Stadtbild könnte verschandelt werden. In der Hansestadt haben gerade 64 Prozent der Bürger im Bezirk Mitte gegen eine Seilbahn über die Elbe gestimmt. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und bis morgen.